Komplikiert Karte 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 Halli Hallo Hallöchen und herzlich willkommen zu einer Runde Mein Rohr Öh ich renne ja gar nicht Ja also zu einer Runde Mein Rohr Das sag ich jetzt jede Folge Genau Also das ist so ne sagen wir mal heute mal so ne Trilogie Ja Wir nehmen 3 Runden am Stück auf aber nicht 3 Runden Mein Rohr Sondern einmal Mein Rohr, Survival Games und dann Gun Games Meine Ähm wie deine Ja äh meine Sachen wenn du wollte das kam so an wie als wenn du eine Rack in die musste Achso Also das ist ähm Eine Runde Mein Rohr Ja Genau so wie die letzte Folge Jetzt hab ich so lange geschnitten dass mit dem Ne Runde Mein Rohr Das war nämlich die erste Folge die ich wirklich mal mit dem neuen Programm geschnitten hab Und das hat irgendwie so lange gedauert weil ich das nicht so hinbekommen hab und Ja chill Äh ja Das müsste aber schon draußen sein eigentlich die Folge und heute das wird ne Trilogie Das haben wir schon gesagt Ja ich muss das ja mal wiederholen weißt du Ja Und ähm Naja ich hab mich jetzt entschlossen mal ein bisschen in den Nahkampf zu gehen weil das einfach Bisschen interessanter für euch ist auch Oh Junge Schild Ich war Diamond No? Ähm nein Lappes Lappes Cool Null Ich bin auch wohl neb Jetzt hab ich hingekillt Schild Da hat schon jemand ne Sticky Gun oder sowas Ähm Ja also äh Trilogie wir verstehen da drunter jetzt äh eine Runde Mein Rohr Eine Runde Survival Games und eine Runde Gun Games Das ist alles auf einem haveyou-war.net-server Nur damit ihr das wisst Da werden wir jetzt ein bisschen zockt Was macht der denn jetzt hier? Hab ich voll übersehen Und es hat alles ein bisschen mit PvP zu tun Junge Bist du doof? Alter Ich glaub der will mich flachsen oder? Hab ich doch irgendeinen Hm? Da hab ich aber ne äh ne Kiste gesehen Oh Junge Gibt's noch ein paar Kisten hier irgendwo? Vielleicht gibt's ja mal ne Sachen noch Okay es gibt mal ne Brustplatte aber Ich werd mir auch nie Oh nie Oh nie Auch nicht so unnice ne Ach cool Unnice 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 Junge Was machst du denn nicht? Ich will auch mal dass die Kiste gefüllt werden Also die Fahrt Das find ich ein bisschen doof Loool Mich für die unnötigen Gäste zuständig Komm den kill ich mir jetzt Komm den kill ich mir jetzt Komm den kill ich mir jetzt Komm den kill ich hab sogar killt Ist das so ein Schwarzpäuber Oh bitte lass da ein paar Sachen durchgehen Oh bitte lass da ein paar Sachen durchgehen Du hast auch eine Runde mal gespielt ne Da hab ich da Da hab ich so von der Mitte meinen Goldschot liegen lassen und hab keine Kisten gefunden Da muss ich mal den Goldschot wieder einsammeln Alter es gab mal so ne Fail Runde Äh wo es einfach keine Kisten gab Die hast du schon mehrere mal gehabt Okay das war die Runde Äh ja Ähm Mein War Und wir werden das ganze hier jetzt cutten Hab ich mir grad so überlegt Und Wir sehen uns dann in der Runde Von Survival Games Tschüss Tschüss Leute Hallihallo Hallöchen Und herzlich willkommen zurück In der Runde von Survival Games Und jetzt Sind wir noch 10 Sekunden da Und äh Ja Es hat sonst 50 Sekunden gedauert Und das haben wir auch ein bisschen übersprungen Und jetzt gehts hier los Hululululul Okay cool Nicht schlecht Alter hat das hier auch keine Grace Period oder sowas Das ist der Nachteil Also so ne Friedensphase Ähm Ähm Das heißt man muss da übelst schnell verschwinden Da müsste nicht irgendjemandem hinterher rennen Ich renne jetzt mal ganz schnell hoch Ach dieser Eisshark den hab ich mir übrigens eh schon angeguckt Da ist mir wieder eine Geschichte eingefallen wo ich eben offline gezockt hab Ja Dass da so ein Eistee Eistee oder sowas Ja Ähm Mit mir Tee machen wollte Und dann hat er einfach Ach Eistee den hab ich schon öfter mal gesehen Ja der hat so einen ähnlichen Skin wie ich hier Ja Ja Und der hab ich dann eben Gequillt Dann hab ich den die ganze Zeit gespectatet und gewartet bis er Gesch Also Stirbt Stirbt Elendisch Äh elendisch 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 Stirbt Nein Nein Also ich bin nicht sonderlich gut in Jump and Run Einten Ach bei mir geht's Ich bin auch nicht so der Pro aber Du musst auf die eine Plattform Ich hab noch gar nichts außer Rüstung Essen wär also essen und schmettern ist das A und O Was muss man machen da gerade aus? Ja Mhh Weißt du Das sieht wie man so ein Jump Run eigentlich nicht kann Ob du das eigentlich so zu sagen da einfach zu spuren wie man eigentlich bei Meinen verbrauchen kann Der will mich flachsen Jetzt kann er nicht flaxen. Wenn ich den jetzt fertig machen, dann lache ich. Okay, der macht mich. Hopp, hopp. Ich habe auch nichts zu essen, das heißt, ich habe gar nichts mehr. Nein! Meine Viren, nehm doch eine Runde dran. Nö, ich habe keinen Bock irgendwie drauf. Also, das ist nicht so mein Favorite. Also, ihr habt gesehen, wie ich lose. Also, vielleicht lasst ihr dafür einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Oder direkt ein Abo, ja, das würde uns natürlich freuen. Also, wenn ihr weitersehen wollt, wie wir so failen, oder ich faile, mein Bruder ist vielleicht etwas besser. Oder er ist etwas besser. Und so weiter, das geht. Also, ich bin jetzt auch das erste seit gestern hier auf den... Da, hinter den gelben Kisten da oben, da ist irgendwas so leust, wenn du fliegen kannst. Ja, also, ich bin wieder Premium, ne, also ich kann wieder fliegen. Und, äh, ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei Gun Games. tut? Tschüss! Hallihallohallöchen und herzlich willkommen! Äh, zu Gunn games. Das, ähh, das ist eine Hass-Map... Das Spielprinzip... ähm... Das kennt ihr wahrscheinlich nicht... Und deswegen erklären wir das. Ähm.. Man startet mit ein Goldschwert, wie ich das in der Hand halte. Jetzt nicht mehr! Jetzt nur wieder! Ähm.. Und man muss eben andere Leute einfach killen. Und wenn man einen gekillt hat, bekommt man immer ein besseres Schwert. Und wenn man ein Diamantschwert hat, äh, ja, ich kann mal die Reihenfolge sagen, Gold, Holz, Eisen, Diamant. Und dann bekommt man, glaube ich, einen Bogen, ne? Dann, ne Schneebälle und dann ne Angel, glaube ich. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht so häufig, wie es gesagt wird. Und, äh, wenn man dann mit der Angel jemanden killt, hat man dann gewonnen. Ja. Und, äh, wenn man stirbt, dann wird man wieder einen zurückgesetzt. Außer man hat das Goldschwert, dann wird man gar nichts. Also, das ist ein, ja, ich hab mal einen mit Holzschwert und Diamantschwert gekillt. War heute so ein Offscreen. Und seit schonem Bogen. Hallo, Ice-T. Eben in der Lobby hieß da jemand der Hardy. Hab gesagt, der, ähm, der hat bestimmt den Pizza-Meat-Burger bei McDonalds gemacht. Hat den übrigens schon jemand probiert? Ist der lecker oder nicht? Also, beim, äh, Burger King oder bei McDonalds gesagt? McDonalds. Oh, cool, ich hab einen Steinschwert. Ich hab beide gekillt. Auch nicht schlecht. Ja, okay, dann meine ich natürlich auch McDonalds, ne? Also. Juhu. Okay, ich werde jetzt einen zurückgesetzt. Ich hab wieder einen Holzschwert. Dann war das natürlich geplant, damit ihr das mal wieder seht, ne? Na ja. Du bist geplant. die nur das ist der H.D. hier das den den ich meine der hat bestimmt den Pizmißburger gemacht, der auch gewonnen hat hat das einen weißen Schwerch? Neeeeeein! Alter, das ist mich so erheblich, dass man da oben spawnt! Da hat's nur eine Schneebälle! Ja, hat auch schon jemand Schneebälle! Cool, ich hab wieder ein Holzschwert! Ist das nicht nice? Alter, ich hab einen Pfeil in meinem Kopf stecken! Alter, da ist jemand mit dir schon, wenn ich ihn noch mal kille! Ist das der Beweis? Okay, ich hab einen gekillt mit dir! Deans! Ein Schneeball! Uhhh, was mach ich? Big Fail! Achja, und ich mach jetzt auch keine Highlights mehr an die Videos dran, weil das ist nur wieder auf... Oh, ich hab einen Eisenstein! Ist auch wieder aufwendiger mit dem Schneiden und deswegen... Vielleicht mach ich mal, wenn irgendwas lustiges wirklich mal lustig ist! Alter! Alter! Ja! Hecker! Ich hab jetzt seit neuestem auch den... Ach, das hat jemand gewonnen! Äh, also wenn irgendwas lustiges ist, dann ähm... Dann ist das eben auch lustig! Und dann schneid ich das auch vorne dran, also wenn's übelst lustig ist! Ich weiß nicht, ich glaub ich war nicht grad lustig heute! Und äh, also ich verabschiede mich, das war die Triologie! Die Triologie? Die ging ja richtig lange die Triologie! Weil wir auch eine Runde Mainwoar noch da haben, die morgen hochgeladen wird! Also, heute ist Montag! Und die wird am, äh, Dienstag hochgeladen! Also, für uns morgen! Für euch wahrscheinlich heute oder gestern! Oder, wenn ihr euch die in 100 Jahren anguckt, vor 100 Jahren! Ähm... Und da kommt natürlich auch irgendwann... Ein paar Tage danach! Hier diese... Äh, die einzelnen Parts kommen natürlich immer nacheinander! Das sind die einzelnen Parts oder wie auch immer ich... Ne, 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 das ist keine Folge! Die kommt natürlich irgendwie ein paar Tage später! Ich verabschiede mich hier! Wir sind blubbische GamingTV! Wenn's euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da! Oder direkt ein Abo! Das wird uns natürlich direkt freuen! Wir haben übrigens 17 Abonnenten! Vielen Dank dafür! Und... Jo! Wir würden uns freuen, wenn dann noch ein paar dazukämen! Genau! Deswegen, äh... Viel Spaß beim Abonnieren! Tschüss. Tschüss. Ich bin dagegen gelaufen. Tschüss. Tschüss.